Hallo Leute, ich melde mich mal wieder zurück, nach langer Zeit, mit etwas Wichtigerem als einfach nur einer Testaufnahme unter Windows 10, die jetzt auch nicht so viele Leute gesehen haben, wie ich gesehen habe, aber auch egal. Für mich persönlich ist es gerade wichtig, dass ich euch mal den weiteren Verlauf meines Kanals erläutere, und zwar habe ich vor, demnächst weitere Gameplay-Videos oder halt auch Let's Plays oder sonstiges in die Richtung zu zeigen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich zum Beispiel Battlefield zeige, und zwar habe ich persönlich jetzt Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 und Battlefield 4, deswegen habe ich diverse dahinter geschrieben. So, das wäre das schon mal. Nebenbei möchte ich anmerken, dass ich auch noch Counter-Strike Global Offensive auf meinem Kanal einführen möchte, sage ich mal. Ich habe es ja schon auf den Zweitkanal hochgeladen, da wird auch noch weiteres kommen, definitiv. Aber unter anderem auch Competitive, also Wettkampf 5 gegen 5 und so weiter. Ich bin erst vor kurzem Master Guardian 1 geworden, mal schauen, was daraus noch wird. Vielleicht werde ich auch einfach wieder degradiert zu Gold Nova Master oder so, keine Ahnung. Dann habe ich vor, Insurgency eventuell zu zeigen, aber auch wirklich nur vielleicht, steht auch dahinter. Das hat den Grund, weil Insurgency an sich ein kleines Stück anders ist als Counter-Strike. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die kennen das von euch, aber man weiß ja nie. So, dann gibt es auf jeden Fall noch Dirty Bomb von mir zu sehen. Habe ich beschlossen, weil es ist ein guter Shooter, ist Multiplayer auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Modi, man kann auch eine private Lobby erstellen, falls nötig oder wenn man Battles machen möchte, einfach nur. Des Weiteren ist es Free-to-Play. Und als letztes habe ich mir gedacht, dass ich von euch Vorschläge zukommen lassen von Games oder auch Flash-Games. Und was ich sonst noch irgendwie zeigen könnte, weil ich habe noch diverse Games hier auf dem Rechner, die ich auch noch zeigen könnte. Ich habe zum Beispiel noch Diablo 3 oder World of Tanks oder was habe ich noch? Skills Special Force 2. Und diverse andere Spiele bei Steam. Aber auf jeden Fall wird das soweit der weitere Verlauf meines Kanals sein. Real-Life-Videos werden hauptsächlich auf den zweiten Kanal kommen. Und ja, der zweite Kanal sollte euch eventuell bekannt sein. Denn naja, man weiß ja nie, eventuell wie gesagt und zwar ist mein Zweitkanal Nikoyana TV, den ich mit einem Kollegen mehr oder weniger betreibe. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass bei diesem Kanal auf jeden Fall Real-Life-Videos kommen, Vlogs. Das war mein Handy. Und ja, anderes Zeug mit Real-Life-Inhalten nur, ja, Kameratechnisch habe ich momentan nur mein Handy. Und diese Kamera ist nun mal nicht so die beste. Auf jeden Fall hoffe ich, euch gefällt meine Interpretation obwohl, kann man das so nennen, keine Ahnung, mir ist das egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefällt, dass ich demnächst definitiv auch mehr Videos bringe. Zumindest versuche ich es. Auf jeden Fall Battlefield und Counter-Strike werden definitiv kommen. Dirty Bomb auch. Nur nicht unbedingt alleine, sondern schaue ich, dass ich da jemanden mitbekomme, der da mit mir lavert und spielt und sowas. Und ja, ansonsten überlege ich mir noch was. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ich dann ein Video zeige. Bis dahin. Tschöö.